Ja, liebe Oasis-Freunde, hier sind wir in der wundervollen Natur des Oasis de Luz, unseres kleinen Naturparadieses hier in Brasilien, in der Nähe von Abadjania. Herzlich Willkommen, wir sind hier jetzt Ende November, 24. November und ich möchte euch gleich hier eine wunderbare Schamanin und Schwingungstherapeutin vorstellen und möchte vorher aber noch sagen, dass wir jetzt auch online mit Veranstaltungen beginnen in der jetzigen Zeit. Das bringt es halt mit sich und ja, davon abgesehen aber, möchte ich euch alle einladen, auch hierher zu kommen in Soasis de Luz in Brasilien, in diesem wunderbaren Kraftplatz mit den vielen Heilungszentren in der Umgegend. Aber jetzt möchte ich zunächst mal vorstellen, Luz das Estrela, sie ist aus Salvador eigentlich beheimatet, am Meer, Salvador da Bahia, und hat eine wunderbare Gabe verfeinert, erlernt, sie ist Schwingungstherapeutin und Schamanin und ist derzeit bei uns hier im Oasis de Luz in Brasilien bis zum 20. Januar. Und jetzt möchte ich sie vorstellen, zusammen mit Nishafta, die gute Seele und Hüterin dieses Kraftplatzes, die übersetzen wird. Ich werde dir führen, zu einer inneren Reise. Ich werde dir führen, mit Nishafta, die Gitarren, die Gitarren und Klinge, die von mir zu dir kommen. interno Vem, vem meditar com a gente. Kommt mit uns meditieren, dia 4 de dezembro, na lua nova, em dem neuen Mond. Ei, Chachuateia, abrindo novos caminhos na sua jornada. Sofnei teu weg, auf deine weg. Ei, Chachuateia.